oha durch mal um guck mal was da kommt da kommt doch was da kommt nix nix da kommt nix da kommt nix da kommt nix da doch da einer kommt aber das spät zu noch schade ich dachte oben hat nicht geklappt die lade ich aber noch nicht nach jetzt wieso das denn weiß ich nicht das tut das bild heller hat bestimmt irgendjemand den fernsehen zum einschlafen benutzt und hat dann halt auf ganz dunkles bild gestellt oder so wer weiß bei mir im schlafzimmer auch so dass ich zu hell ist ja im schlafzimmer ich auch ein bisschen dunkler da waren sie zum einschlafen meist weiß auch nicht warum hat sich immer so eingeblüggert was guckt ihr dann meistens so das hieß mal dsf ja deutsche sportfernsehner ja das war alles mal anders also wenn man so mal nach mit früher vergleicht das mal umgeschaltet hoch schnell weiter schalten und heute muss wie jupon aber in der baden feld mal das nicht so eine vernünftige kniffte ich habe noch nicht mal die waffe aber die hat nicht gefunden die vektor ist gut ja nämlich jetzt mal die vektor mit das mal drauf neue sitten hier jetzt vektor vektor mit dem es drei jetzt finde ich die fern 416 hier also pfanne habe ich schon auch die splittergranate aber nicht rote zogen dass ich jetzt erst ein bisschen erschrocken aber nur leicht nur leicht ja nur ganz leicht schnellzugriff wir brauchen ein anderes magazin erweiterte schnellzugriff magazin für die mp das brauche ich wenn ihr ein magazin seit für die mp ein What? Hm. Ein Dings kann man noch mitnehmen, ja? Ah, ich häng schon wieder fest. Ich häng schon wieder fest. Nee, den find ich nicht so geil. Schnell Zugriff. Ich will das mal raus haben, ja. Ich will mir das mal wieder angezeigt. Hm, so, tote Hose hier wieder. Tote Hose, ne? Ah, ich brauch noch ein Magazin, ey. Und noch ein dickes Skull. Ich brauch noch ein Medipack. Wenn einer eins sieht, sag mir bitte Bescheid. Oder ist eins? Ja. Oh, weißt du was? Haben wir das zweifach da drauf? Hä, wieso droppt er das nicht? Ich kann das Rotpunkt nicht droppen. Hä? Das ist jetzt verbuggt. Kann ich das jetzt nicht mehr rausschmeißen? Nee, ich kann das Rotpunkt nicht mehr... Ich kann damit gar nicht... Es ist weg. Was war das? Was war das? Ganz merkwürdige Sache. Das war nicht original. Hast du schon Medikit gefunden, Chris? Ich habe hier noch ein ganz dickes Medikit. Nee, die mache ich nicht. Nee, ich nehme zu viel Platz weg, ne? Keine Erstenhilfe, die sind gut. Ja, hier ist eins. Also wenn ihr noch ein erweitertes Magazin für MP findet. Netzwerkverzögerung erkannt. Weiterverbindung wird... Hier ist erweitert. Erweiterte Schnellzugriff. Ja, ich habe gerade ein bisschen Verbindungsprobleme anscheinend. Ah, hast du Schnellzugriff erweitert? Erweiterte Schnellgriffzugriff. Schnellgriffzugriff, ja, zeichnen wir doch mal. Habe ich gelber ping. Okay, also irgendwas stimmt in meinem Netzwerk glaube ich gerade nicht. M24, Chris lag in meinem Haus, falls du die suchst. Da oben drin, auf blau. Falls du eine M24 haben willst, Chris. Oh ja, ich hole mir die. Danke, Benni. Ja, das Scope ist gut. Zweifach für einen P. Gut, ich bin ready for Slap. Was hat denn Zone? Wir sind hier noch gut drin, wa? Das brauche ich für heute. Ich brauche doch eigentlich gar nichts mehr, oder? Hey, wo hast du denn hier die M24 gesehen? Oben, oben drin. Oder ein Haus weiter. Normalerweise lag der in dem Haus, glaube ich. Ziemlich sicher eigentlich. Die da oben nicht? Dann ist das eine Haus weiter tatsächlich. Dann habe ich mich da wohl versehen. Oh nein, schon wieder rote Zone. Oh, schnell ins Haus. Ich habe mal noch ein 6-fach Scope gesehen, oder so. Nee, ne? Ist jetzt schon wieder alles belastend. SLR, die muss ich ja nicht noch leveln, ne? Ja, richtiger Scam von dir, Toni. Ja, also ich schwöre, da war der M24, ich meine, dass ich in dem Haus direkt oben lag. Dann muss das ein Haus daneben, aber wer kann das nicht sein? Hä? Das ist ja merkwürdig. Das tut mir leid, also dann habe ich mich da in dem Haus versehen, aber das kann halt nicht. Hast du eine M24? Gib mir deine. Nee, habe ich nicht. SLR habe ich. Ich habe die ja gerade liegen sehen. Ich dachte, nee, nimmst du nicht. Aber wenn ich eine sehe, sage ich dir Bescheid, aber ich schwöre da mal eine drin. Ich gehe jetzt nochmal zu dem Haus, ich gucke das nochmal nach. Hey, das war das hier? Was war das hier? Hier sind noch Energies und Hausen. Hier ist noch ein Schally für SR, DMR, wie auch immer. Ich wollte auch rein. Genau auf die Pelle. Zack, beide stehen. Na ja, gut. Für drei Sekunden standen wir kurz stehen. So, gehen wir mal. Wieso können die hier nicht mal einen Scope? Was soll denn das jetzt hier? Gönnen wir mal die M24, bitte. Ja. Sonst gibt mir deine. Ich habe doch keine. Das, was du hast. SLR wäre das. Das ist ja auch kein Drama. Das habe ich dafür gerade geglaubt. Hier oben ist auch ein Medikit. Ah, ich habe es gemacht. Ne, du, tut mir leid. Also M24 finde ich hier gerade nicht. Weiter ist es, stell zu dürfen, aber jetzt hin für die MP. Habe ich. Oh, F***. Oh, Zone. Oh, cool. Wenn ich hier bei mir stehe noch ein Auto. Da läuft man im Haus. Hinter uns, links im Haus. Da lief einer im Haus, wie das Steppenhörn. Der muss hier vorne gleich kommen. Hier vorne links. Ich glaube, er erscheint. Hola. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe gerade nach hinten geguckt. Ich habe gerade nach hinten. das war ja mal das war ja mal smooth oder ohne auch nur einen einzigen kratzer ja nicht mal die karte was am und jetzt gleich alle tot und sich hier sind immer leute da eigentlich sind immer leute nicht heute heute nicht heute keine leute heute leute keine leute keine leute hier heute hier da 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 so ich habe mich eingeschlossen warum weiß ich nicht einfach nur so hat keiner sechs fachs grobe oder so ne da muss das auch mit dem vierfach gehen aber damit kann man gar nicht skalieren mit dem vierfach bis 100 das ist nicht cool da keine türen hallo okay andere zeit ich schieße den da oh da hinten kommt ein auto das sind das ein spieler das sollte sein nicht auf den fahrer ich habe eingetroffen habe noch eingetroffen fahren die nach links oder nach rechts hinter das häuschen da hinter beim pin dahinter stehen die ach die stehen dahinter direkt oh ja da läuft noch eine was fällt steppst bei meinem haus das bin ich glaube ich okay ja wo sind sie jetzt waren hier neben uns vorbei westen ja ich sehe es ein ort der fahrer ist noch den habe ich ausgeschossen die andere ist auch noch jo noch eine alle tot nice schön da geht mal scoperino ach das scope ja ok besser als nichts der hätte glaube ich eine m24 oder war das dragon auf hat der sks ok brauche ich nicht wo dreierrüstung aber angefixt dreierhelm ich weiß halt nicht was besser ist ne dreierhelms sind verbrechen wir haben beide eine dreierweste oder ne dreierweste habe ich mir gerade mal genommen oh ok haben alle einen schrecken gekriegt ey keiner wusste was kommt nein oh ah 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 ich habe mir gerade pillen reindrücken wollen sind die noch da ne wir müssen hier weg machen wir jetzt das stück können wir laufen ach komm ja meinst du vier skop ähm oder in der awm alter m79 pfanne brauche ich alles nicht war ne sieben noch vier am leben wieso habe ich denn jetzt ne makellose dreierrüstung hab doch ne angefixte aufgehoben hast du dir verdient ja ich habe ich habe ne angefixte habe ich aufgehoben m salut ihn so ja und ist noch ein job bei nie da bei ich weiß nicht qualiker noch also zwischen den mp rassen hört Das wäre es jetzt gewesen, so auf Anhieb einmal. Das wäre 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 jetzt gewesen.